Ja, Halle und Halle, ich bin meine lieben Freunde. Und willkommen bei einer neuen Folge Let's LoL. Mit Lukas. Und neben ist es, äh, was? Ja, meine Lieben auch Six-Sex. Wir spielen auch Ritz. Und Flo im Hintergrund. Hals, Maul, und Flo im Hintergrund. Hallo. Hat ein bisschen gedauert. Ja, ich muss mich ja entwirken. Ich muss irgendwie AP of Tanks spielen. First Heart. First Heart. Jetzt lauf los. Martkast wäre gut. Ich brauche 10 Gold mehr. Warum habe ich einen Healpot? Fick dich. Dann schü. Dann schü. Dann schü. Dann brauche ich 10 Gold. Das dauert nicht lange. Nein, ich habe meinen Healpot einfach weggegeben. Was ist hier drin? Ich meine, ich... Wow, da haben wir es geflogen. Okay. Okay. Wow, Lukas. Wow. Hört auf. Mom mich. Jetzt hatten wir schon zweimal einen Mirror, Alter. Ja. I don't know. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht. doch schon. Ja. Alter! Patrick, pass unbedingt auf die Queues von Fake Arts auf. Ich lauf noch rein ey. Ich hoch. Ich hab von Joghards Kuh geredet. Oh. Hm. Hm. Ich kann nicht mehr meine Kuh machen. Ahem. Ich glaube ich gebe ganz schön auf die A, ja. Verständlicherweise. Alter! Die Knock-Up schnerven. Leicht. Na ganz leicht. Was? Wo ist er da? Komm mal her. Ja! Ich war nie mehr drin. So lange die halt los habe. Ich war da, ich war da. Warum denn? Oh scheiße. Dann bin ich halt leise. Ich reg das schon, ey. Sag doch die Arbeit im Text. Ja, Entschuldigung. Wieso? Kann ich nicht, äh, meine Ehren setzen? Wo ich nicht gesheilandet wurde. Erklärt mir das bitte. Kann alles machen, bis auf meine E. Hast du mit deutschen Pech? Gut. Wien되. Sch pouco. Schalth? Heyать? Gut. Tschüss! Und hier. Nice. erst das ist gar nicht ich hab einfach geschrieben wo stehen die wo stehen die wo stehen die da war einfach rein da kill in the way mann war die scheiße ich spiel nicht gerade oh oh warum funktioniert meine e gerade nicht na fuck warum oder so reinige ich meine tastatur und 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 ja gut da konnte ich nicht weg auch ich Idiot ja gut dann bilde ich daraus was anderes weil Eisbonganik gibt mir noch AP dann bilde ich daraus nachher Sunfire oder sowas oder Randoins klasse ich mir offen kann ich mir jetzt nicht so ein Dings aufkaufen ich war im Shop ja ich dodge erstmal die Ulti mit meiner E nö dodge? was ist das? oh fuck stack blaze seine Ulti eigentlich? er hat gezz verjährt damit ein Healding bekommt was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? bisschen behindert? du musst ihn selber fragen aber ich glaube er wollte sterben weil er war noch gar nicht so oder obwohl er hat in dich rein geflasht ja warum weil er mich killen wollte mit Ulti oder was auch immer dann ist er drauf gekommen dass es nicht mehr Klaus ist dann komm ich dann komm ich dann komm ich ich habe es jetzt schon zweimal gemacht und aber bei wahrscheinlich du bist doch verlebt inzwischen ne ne ich habe es egal ich probiere es noch ich kann nur mal gucken ähm slowt mich ja slowt mich noch mehr na slow knock ups gut ich bin sowieso gleich tot ey die weh ich war schon draußen typisch Hitchbox-Chingsweh ey ich ich eh raus aber noob denn du gabst sie trotzdem du wixer mann war die und die kaka boah ne mir ist das tot mann ich könnte ja noten aber ich werde eigentlich dahin führen ich bin nicht dahin ach komm weißt du irgendwie ist mein ne die SWE voll verpackt weiß ich eh raus trotzdem kann ich den damage bis wir sehen knock up good job right ich warte auf die Jinx Ulti ich warte auf sie die Jinx Ulti schmeckst draußen der hat die aber auch irgendwann wieder der hat die aber auch irgendwann wieder ja aber davor hab ich mir nur die zwei oder oder der ist gleich ah ok du in anderen du brauchst auch leben warum wirst du die frozen heart junger tu ich nicht du wirst du du wirst frozen heart icebonganer du vollidiot das andere ist für Sunfire ich wollte gut ich gebe zu ich wollte mir zu ich wollte mir zuerst frozen heart holen dann ist mir aufgefallen icebonganer ist besser deswegen benutze ich das andere für den Sunfire das hat wohl nicht keiner gesehen alter ne hat mir niemand gesehen gut ich hab's jetzt nicht aufgenommen 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 hat weiß ich nicht leider beide raus bei der monat 3 dauernds als alle zählen mir auf blubild als wir zuerst in durian zu denken so warum wenn ich blubild spiele dann gib mir endlich meine vergackte manam hura vielleicht hat schon zwei ach schluss ha ich bin zu dir noch nicht gekommen Mit Mana spüren Oops Video, du kaufst Emreus Heal Emreus Dieser Damage Misch ist so low, dass ich davor keine Angst habe Sagt er unsterb Ja, 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 natürlich Ja, natürlich Gut, dass ich gehelt habe Du hast du tot Ja Natürlich Natürlich Gut, ich brauche meine Ulti gar nicht decken, weil ich sterbe sowieso bald Ich bin getroffen 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 Sphärisch Ja Q! Weißt du, ich hab grad meine Q gemacht, er hat's... Ey, ohne Spaß, der wär tot, aber weib mal wieder, ich hab echt meine Q geklickt, ganz normal mit der Maus, links klick, aber nö... Da ist nix drin, Lukas. Doch! Da ist nix drin, nur was mich stütet, weißt du? Was ist das denn nur an meinen Passiven, weißt du? Da ist nix drin, nur was mich stütet, weißt du? Da ist nix drin, nicht drin, ne? Nö... Tö... Oh ja, ich hab ihn in meine Mura gleich. Mach mal den Heel da unten, mein Lieber. 20 Mana. Was auf wirkliche Sings, Walcos oder irgendwelche anderen Holtes, auf die sie sich töten könnten. Der Kotze will die schon draußen. Töten zu kommen. Wir haben da unten 20 Mana, 6 Mana, äh 4 Mana. Oh, ich bin in meiner Mura. Leber. Noch. In der daylight, it burns. Nein. Idiot. Ich bin ja sowieso tot. Nein. Oh, ich bin ja sowieso. Ich bin ja sowieso, ich bin ja sowieso. Vorher. Gut. So, jetzt hab ich das, jetzt kommt Trozen Heart Also ich full life, jetzt kann ich ein bisschen mehr damit spielen Hmm Das schnell, das lock up Alter 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 links lebt wieder und noch zu hören warum ich mit dem brot es rosen hat mich erst mal hier also Alter, ich hab da unten hingecueht, alter. Warte, ich mein da nem Creep, aber Kopf hoch. Kopf hoch, jeet. Lass mich bitte. Morgens mal Busch Camping. Jupp, wir könnten das noch gewinnen. Vielleicht noch Bronze Busch Camping? Cool. Alter. Warum gehen wir auf den Tank? Oh, der ist fast totisch. Wann bin ich schlecht? Was? zur Hölle. Was denn los? Meine Ultus ist einfach abbrochen. Menien oder nicht? Ich stoppe nicht durch Menien. Okay. Kotze lebt auch wieder. Kotze sucht zuhause. Pass auf, Lukas. Halt bei RTL. Neues Format auf RTL, Kotze sucht zuhause. Ich fühl's ihnen zutrauen. Ja, unsere absolut niveauloseste Sendung. Ich bin doch freud, dass sie eben jetzt auf das Niveau von Catch the Million heruntergibt. Ja. Das tut weh. Das tut echt weh. Das tut echt weh. Das tut ja was. Ja. Mehr Ultis. Nemesis willst du vielleicht auch noch ulten? Nicht? Okay. Dann mach ich den kein Damage mehr. Und dann hab ich ja mal noch mehr. Na gut, das dürfte jetzt gewesen sein. Da ist die Linie. Ich steh dahinter und werd gehintet. Natürlich. Ich hab auch ein paar Mal meine Q nach unten gemacht, die ich weiter umgeploppt worden. Ach ja, ich bin grad ein bisschen. Ein paar Mal, ich drück meine E. Rito hat ihm den Lockback reingehauen. Hallo Rito. Kriegt mal wieder wunderschöne Däumchen von mir. Zwei Stück. Nach unten. Tschüss.